Hey Leute, ich finde das eigentlich ziemlich albern, also bei der Schieflage der Welt, aber 30 Millionen, das ist natürlich schon damals ein geiler Promotion-Berg, aber ich finde das eigentlich cool genug, also ich weiß nicht, was das jetzt hier soll, okay, aber die von Panic Stage da, und der nächste Nominier ist, der berühmte Radiomoderator, Ben Strobel! Vielen Dank!